So, was haben wir hier? Tourette beim Drehen, Outtakes, Krass Klassenfahrt. Schauen wir doch mal ganz kurz, Leute, wie es sich anfühlt, wenn Tourette bei Krass Klassenfahrt unterwegs ist. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wie ihr seht, stehen wir gerade im Wald. Ja, ist richtig. Öffentliches Urinieren. Wir sind gerade auf jeden Fall mitten im Nirgendwo und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Drehen mit Krass Klassenfahrt. Ja, genau. Wir mussten, also wir haben uns einmal verfahren, deswegen sind wir ein bisschen später da als gedacht. Bro, die Strecke dahinten war auch anders, Much, Alter. Das war richtig, richtig stressig, Mann. Wir schaffen das schon. Ich glaube, wir müssen auch gefühlt durch drei Wälder und zwei Käfer durch, dann sind wir da. Ja, das ist wirklich, Leute, das ist am Ende der Welt hier gefühlt. Das ist wirklich so, das ist komplett wild. Komplett wild wurde das gewesen, dieser Dreh. Also, es ist, glaube ich, ohne Navi wäre es gar nicht machbar, das zu finden. Das ist mittlerweile auch nicht mehr NRW, wo wir sind. Ich glaube, es war sogar Nord-, äh, wahrscheinlich nicht mehr Nord-, äh, Dings, äh, Rheinland-Pfalz, glaube ich. Wir nehmen euch auf jeden Fall auf dem gesamten Dreh mal mit und zeigen euch ein paar Outtakes, die wir am Drehen immer so entstehen können. Die hast du gesehen, als wir gerade öffentliches Urinieren an einer Grundschule gemacht haben. Haben wir doch... Doch, äh, Tim hat das später nochmal im Privaten zugegeben, die haben wirklich eine komplette Grundschule vollgepisst. Also, das war halt ein bisschen unnötig, weil sie dafür eine Scheibe eingeworfen haben und dann ihr Penis durch das Loch und dann haben sie halt in den Klassenraum, fand ich sau dumm. Ich hab es gefilmt. Darum lüge, hast du nicht gefilmt? Wir haben ja unser Intro gedreht, zu dem Zeitpunkt waren wir noch nackt. Er sagt die Wahrheit. Wie, wir waren nackt? Ja, gib es zu, gib es zu. Was redet ihr, wir wollen die Sachen? Hä, du kleine Scheißmaus, kommt da etwa ein Stau? Ja, ein Samenstau. Hm, da würde man Folgendes in diesem Ort tun, seine Schwester ballern. Okay. Hä? Ich will nicht mehr Autofahren, fahr du einfach weiter, okay? Okay, wir machen kurz Fahrerwechsel. Bro, in dem Ort war ich auch. Da vorne, gleich rechts, da ging es da zur Klassenfahrt. Dann fangen wir aber nicht mehr an. Hier rechts sieht man das. Oh, super. Voll sieht Friesen. Und Dings, noch schlimmer, da sieht man das. Hallo. Ganz hässlich. Haarschkinn. Hässlich, hässlich. Oh, hups, jetzt habe ich die... Ah, ne, alles gut. Jonas Private ist der geilste Kanal, da werde ich so feucht. Jonas Private, Alter. Wir fühlen ihn alle, oder? Fahrer wird einfach durchlaufen. Safe, ich werde die ganze Zeit dabei haben. Ja, durchlaufen. Ah. Ich will sehen, was er sagt. Das ist er da. Ich will sehen, was er sagt, nicht hören. Ja, das ist es. Da sind wir doch nicht weg. Das ist der Drehort. Ist schon jemand, vielleicht empfängt er uns, ja? Vielleicht empfängt er uns, ja? Wir sind leider ein bisschen zu spät. Auf die Prominenz wartest man halt. Wir sind uns gerade angekommen. Ich bin mal sehr gespannt, wer uns jetzt alles so erwarten wird. Guten Tag. Wir sind angekommen. Ich huste dich an. Da, du Ratter. Ist das unser Hund? Ja. Das ist Pommes. Halt ja auch Pommes. Nee. Aber wenn du es in der gleichen Stimmlage probierst, wie... Bauti, Pommes. Dann vielleicht. Pommes. Dieser Hund war so retardet geil. Das war die falsche Stimmlage. Ja, und das soll unsere Immobilie sein. Ja, das läuft doch, oder? Sind die Storyline, weil irgendwie, dass das von denen ist, diese Immobilie von Krasslassenfahrt. Ja, ja, stimmt schon. Hey, Pfeil, na? Alles gut? Ja, und selber? Ja, muss. Wo ist deine Maske, du Schlampe? Also, ich würde nicht sagen, berechtigte Frage. Also, das Schimpfwort ausgeklammert. Aber wo ist deine Maske? Hä? Ja. Das Mikro ist besser. Sollen wir die abziehen? Das ist ja nicht besser. Also, irgendwie müssen wir das Spritgeld ja wieder reinkriegen. Aus so'n Ding, Jonas Ems, wo ist eigentlich meine Gage, Bro? Wir sind ja eh Hausbesitzer, also. Ja, stimmt. Also, Leute, wir spielen quasi die Hausbesitzer von diesem Haus. Das ist endlich so richtig an den Kartoffelsalat-Dreh. Warum? Weil das auch ein Dreh ist. Arschgeil. Gott, du willst, hier wird ein Pornos gedreht. Du bist die Hausbesitzer, wir sehen nach den Rechten. Wie sieht das denn hier aus? Ha, die Tür ist offen. Ja, mach mal eine Roomtour von deinem Haus. Hier ist der Speisesaal. Das nehme ich an mich. Ja. Was war das Bier? Nee, war leider nur Limo. Nein, deswegen habe ich es ja zurückgestellt. So, ich frage, das sieht ja auch nicht wie bei mir. Hier ist die Küche, es ist alles wunderbar noch angerichtet. So in etwa wird es wahrscheinlich auch aus dem Millionaire nicht mal so in der Küche geliefert bekommen. Safe, da steht immer ein komplett angefresstes Buffet, Bro. Genauso wird es sein. Moment, dann muss ich noch bis Anfang August warten, dann ist meine Küche auch da. Und dann wird das da eigentlich aussehen. Irgendwann muss ich die Chikry holen, Alter. Der Tode, der Tode, der Tode, der Tode. Der Tode. Das ist die typische Version, dann. Bist du fertig? Nein, nein, ich hab noch was. Ich will keiner. Ich bin nicht dabei. Ich will keiner und die... Wir müssen das mit unserem Hund und Freunden. Das ist der Hund, der für die Serie Pommes heißen wird. Und sogar hier steht das Gesetze, ich glaub's ja nicht. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Das Wunschung ist aber echt gut. Wo ist die Banache? Ist sie? Nein. Bro. Ja, das macht mir Freude. Was war das? Ein Kondom, was aber leider nicht so gut schützt, weil da über Löcher drin sind. Ein Kescher. Wie lange können wir bleiben heute? Heute haben wir nichts mehr vor. Gar nichts mehr? Nö. Ja, ich hab heute noch einen Sauftermin. Das ist hässlich. Halt die Fresse, du Hässlon. Nö. Was ist dein Beruf und was sind deine Tätigkeiten? Ich saufe. Das war aber die Frage. Wie wir laufen statt saufen, Herr Zimmermann? Bro. Oh mein. Das waren die Worte meiner Psychiaterin. Ich fand, dass die Besitzer eigentlich schon längst da sein sollten. Und plötzlich kommen Jan und Tim von Gewitter im Kopf her. Also die kommen dann einfach ins Bild rein. Das ist immer halt so eine Improvisation. Also jetzt keinen festen Text. Aber das passt ganz gut, glaub ich. Diese Uniformen, Alter. Das war auch ganz wild, Digga. Ja, ja, genau. Den Text würd ich, glaub ich, eh sprecken. Szena, 1, 4, C. Beiden sehen ja nicht mal ansatzweise aus wie Hausbesitzer. Ja gut. Frau Braht sieht auch nicht aus wie eine Lehrerin. Also, ja gut. Tag 1. Mist, die sollten ja eigentlich schon längst da sein. Hallo, liebe Freunde, der gepflegten Alleinunterhalt. Hallo. Guten Tag. Sind Sie hier denn die Besitzer? Ja, genau. Ja, genau. Ach, schön. Herzlich willkommen. Wir sind bei deinem Haus. Herzlich willkommen, ja. Herzlich willkommen. Das ist unser Text. Familia. 1A. 1A. Aber gut, herzlich willkommen. Soll ich mit euch auswählen. Sie sagt einfach herzlich willkommen. Während die bei ihr, also bei denen, es macht keinen Sinn. Wir sind erst mal noch still, sonst verfissen wir den Ton. Wir freuen uns erst, wenn die gesagt haben, dass die, denen die Immobilie gehört. Also, stell dir vor, ihr habt gerade fette Immobilien-Dings ganz viel gekauft und wollt ein bisschen werben. Das war doch easy. Dumme Sau, Alter. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Ich weiß ganz, ihr wisst es. Fuck, die lachen alle über meine Immobilien. Die sollten wirklich schon längst da sein. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen in unserer Ferien-Wilder. Ja, genau. Herzlich willkommen. Wollt ihr jetzt von Porno drehen? Eigentlich nicht, nein. Wir haben gerade fette Immobilien gekauft. Genau. Ja. Ja, Alter. Du hättest keine Pornos gedreht. Nein, das ist gar kein Fall, nein. Okay, das ist sehr gut. Digga, wie geil Gisela mitspielt, Alter. Wie krass, Digga. Hat man dich in Russland eingesammelt? Na? Ja, mal eine kurze Frage. Ihr seid ja auch YouTuber, oder? Ja, genau. Sorry, dass ich euch jetzt vielleicht zu nahe trete. Auch kein Problem. Tritt so bitte wieder weg. Nee, ja. Aber jetzt kann man uns besser auseinanderhalten, weil du hast jetzt die roten Haare. Ja, stimmt. Das ist meine neue Haarfarbe. Das war's eigentlich schon. Ich wollte nur sagen, ihr seid jetzt auch im Set und seid ihr habt auch eine kleine Gastrohalle bei Kaka. Man kann uns besser auseinanderhalten, Bro. Man kann euch da mit auseinanderhalten, indem, dessen, dass du einfach 10 Meter größer bist, Tim. Und dass du halt einfach kein Tourette hast. Das ist, also... Ja. Das war schon vielleicht mehr. Ich habe einen Kucknusskladen. Vielleicht nerv ich euch den Tag noch ein bisschen mit der Kamera. Ach ja, alles cool. Geil. Beide so entschüchtern süß, Mann. Komplett süß, alle drei. Oh, scheiße. Da kommt ein großer Tick. Wir sehen ihn hier im Bilde, Leute. Da kommt was. Ähm, wollen wir es so leicht, so dass die leicht vor denen stehen, weil die auch ein bisschen kleiner sind? Ja, können wir dann gerne gucken. Wirklich direkt auf die Erde. Ja, wie sollen wir gucken? Sollen wir eher so abgefuckt gucken oder so nachdenklich? Tim auf jeden Fall. Schauspielerei. It in. Äh, nee, ihr könnt, äh, auf, eher immer, äh, aufgeregt, aber wir haben beide Tappel... Autoritär. Das gehört alles mir. Genau, aber, äh, gerne mit den Gesichtern möglichst Kamera zu beantworten. Wir können nur nicht direkt in die Kamera. Genau. Nicht in die Kamera gucken. Doch in die Kamera gucken. Was hättet ihr dem sagen müssen? Er wird jetzt die ganze Zeit die Kamera gucken. Ja. Was machst du das? Okay, dann. Drei. Ach, das ist doch Thumbnail, was die hier gerade machen. Natürlich, klar. Drei. Auf Erotik angelehnt. Ich seh schon. Eins. Drei. Zwei. Dekka. Zwirbelt. Zwei. Ja. Zwirbelt, zwirbelt, cringed in. Warte, ihr guckt jetzt über eine unterschiedliche Richtung. Nein. In welche Richtung sollen wir denn alles? Nein. Guckt ihr wie ein Pfeil an oder so. Nein. Und wir, sagen wir so wahnsinnig lächeln oder normal lächeln? Wir machen erst normal und dann wahnsinnig. Okay. Okay, da. Guckst du cringy. Drei. Zwei. Alter. Eins. Das ist unangenehm. Noch eins. Drei. Zwei. Eins. Zwei. Wir haben ja extra keine Rothaarigen bei Krasslassenfahrt am Set, weil Tim sich so und sich beherrschen könnte. Denk an Gemüse. Denk an so wichtig. Ohne fette Kürbisse. Ich bin echt aufgeregt. Ich hatte mal einen verbalen Tick, der ging Kürbis. Terror. Nice. Eignet Kambelia. Gut gemacht. Sag ich drin. Komm, lass rein. Hm. Ich bin echt aufgeregt. Mein erster Tag. Ich bin echt aufgeregt. Mein erster Tag in meiner neuen Klasse. Naja. Tera. Ja, ich würde es einfach drin lassen. Ich würde es. Das funktioniert ja nicht, Bro. Sollen wir reingehen? Ja. Komm, lass reingehen. Das war so. Einmal war mit Absicht. Das ist ein Block. Szene 1, 5, O-Ton, Gewitter im Kopf, Deck 1. Also eigentlich haben wir dieses Haus ja nur für Gisela gekauft. Ehrlich gesagt, schwirrt die da drin auch noch irgendwo rum. Wir haben sie nur leider nicht mehr wiedergefunden. Naja, einer mehr oder weniger wird der Klasse jetzt auch nicht wirklich auffallen. Aber wir haben uns jetzt lange genug mit da rumgeschlagen. Jetzt können die das mal machen. Ja, sehr fein. Du hast deinen Text auswendig gelernt. Perfekt. Sehr geil. Perfekt. Eis, Deckung erst mal. So, perfekt. Sehr gut. Tim? Sehr gut. Sehr gut. Das teppliche Anteck. Eins. Bitte. Ganz natürlich. Hi. Hi. Hallo. Okay, perfekt. Hallo. Szene 3, 8, 6, 1. Perfekt. Es gibt wieder Probleme mit dem Ton. Sehr klar. Das ist ein Gewitter im Kopf-Video. Und zwar, ich habe irgendwie von so einem anonymen Nutzer oder so eine Sprachnachricht bekommen, wirst du vielleicht, wer es ist, weil, ja. Sehr logisch. Sehr logisch. Wer sagt, dass der Einzige, der das sagen darf, bin ich. Ja, genau. Und ich weiß halt nicht, wie das war so. Ich bin entsetzt. Ja, ich gehe dann da lang. Okay. Viel Glück noch. Tschüss. Tschüss. Danke, alles so. Digga. Nice. Das ist auch gut. Trägt ihr das als Rolle oder ironic? Also, das passt immer so perfekt. Das ist so witzig. Ja. Okay. Laufen lassen. Das ist übrigens, by the way, voll crazy, Alter. Was für eine geisteskrank hochwertige Produktion, die wir bei Krass Lastenfahrt haben. Das ist wirklich, wirklich wild, Alter. Ich schlag dich zusammen. Mal warten auf den Ton. Daraus ist es ja mal zurückgeschlagen. Da war mir ein Kaffee. Szene 6, 7, Establicher Deck 1. Und bitte. Hallo. 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 Hast du meinen Hund Adolf gesehen? Ich werde auch schon heiß. Vermisst der Hund ist wieder. Meinen Hund Adolf. Ich zünde dich an. Szene 6, 7, Deck 1. Hast du unseren Hund gesehen? Wir vermissen den. Nein. Der ist tatsächlich jetzt schon seit einem Tag vermisst. Wir haben keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Oh, das tut mir aber leid. Abgestorben. Oh nein. Er hört auf den Namen Adolf. Wie war eigentlich der Besuch vom Riechen? Was? Woher wisst ihr denn darüber? Hat er die Nacktbilder mitgebracht? Ja. Ja. Ja, das war... Ja. Adolf! Hoffentlich finden wir ihn wieder, oder? Ja, hoffentlich. Hast du eigentlich schon mitbekommen, dass Frau Ostermann kurz davor ist, um ihn zu heiraten? What? Okay. Das ist mir leid. Ja, es hat mich gewundert, dass deine Vorgängerin nicht durch eine Leberzirrhose verstorben ist. Ja, so viel wie die gesoffen hat. True. Aber lass uns doch mal schon den Hund suchen, oder? Ja, auf jeden Fall. Komm, wir gehen weiter suchen. Ich geh da lang. Wir gehen da lang. Alles klar. Adolf! Junge, wie er sich das Lachkeks schiebt. Oh nein. Wo ist mein Hund Adolf? Das ist eine gute Frage. Adolf! Adolf! Dein Gesichtschräger kriegst du bis endlich! Ja, naja, mal hier und stellen. Und das gleiche einfach nochmal. So nochmal ein bisschen heller. Adolf! Oh nein! Diese Staffel wird so krank abgehen von krass lassen, weil ich call es jetzt schon. So viel Crossover-Shit wie dabei ist, Alter. Die wird richtig, richtig wild werden, Mann. Die wird richtig, richtig krank abgehen, ich sag's euch. Wo ist mein Hund? Jetzt haben sich die Nachbarn auch nur gedacht. Keine Ahnung. Das Ding ist, alle Leute, die da gedreht haben, durften das Gebäude nicht verlassen wegen Corona. Wir sind von mir. Naja, gut. Ich hab doch gar keinen. So, jetzt dürft ihr gerne einmal nochmal posieren. Gerne nochmal zusammenstellen. Ja, aber da. Ich bin gringy. Ihr habt unseren Adolf Pommes getauft. Adolf? Ja. Das war so gut. Das ist ein Adolf Pommes. Das ist geil. Geil. So, Freunde, wir sind mittlerweile wieder mit Jan angekommen und hatten sehr, sehr, sehr viel Spaß. Sehr schnell. Mit Klaas, krassen Fad. Mit Klaas, krassen Garf. Auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich hab immer das Gefühl, als würde Tim irgendwie so lowkey eine Waffe auf Jan halten, damit er so was Anständiges sagt. Ein ganzes Atemweg, die Treppen. Also, das war zwar wirklich sehr, sehr, sehr weit abgelegen, der Drehort, aber das gesamte Team war total lieb. Ist so, ist so. Kann ich auch noch sagen. Das war ein sehr, sehr cool. Wir werden morgen nochmal vorbeifahren, aber da werden wir die Kamera nicht mitnehmen. Dann sieht man nämlich, wie wir besoffen sind. Um nochmal so einen entspannten Abend miteinander zu verbringen. Und genau, Leute, wir hoffen, dass euch auch dieser Part gefallen hat. Vielleicht werden häufiger nochmal so welche Videos kommen, wenn wir auf irgendwelchen Drehs sind. Ja. Und genau, Leute, wir hoffen, wir sehen uns bei einem von unseren nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Sehr geil. Baba-Bild. Baba-Video. Kuss auf Gewitter im Kopf, sein Auge, Dicker. Checkt das auf jeden Fall mal aus, Leute. Gewitter im Kopf, absoluter Ehrenkanal. Grüße geht raus an das ganze Krass-Klassenfahrteam. Ähm, und alle, die da mitwirken, natürlich. Das ist wirklich echt eine kranke Produktion. Und ich gebe Küsse auf alle, die da mitgemacht haben. Alhamdulillah.